wir sind zurück bei battlefield 3 immer noch zu zweit Patrick und ich hallo und wir spielen ich weiß noch gar nicht was wir spielen sieht aus wie erobere blinderer ja und Patrick ist im anderen team ich werde nicht in seinem team kommen weil ich weniger leute in meiner mannschaft habe das ist schlecht aber noch als die ballast das ist das ist das ist total junge jetzt haben wir die schon wieder verknäften hier ja musst du halt aufsammeln das ist das einzige problem aber das gute ist du kannst du die spawnpunkte merken die sind immer gleich hat er die mir kurz vor der nase weggeschnappt der gräbel da ist eine da ist einer und ist rot naja was soll es schön wegnäffen oder getötet getötet erst einmal getötet ich bin direkt neben mir und hat es nicht hingekriegt mich zu erschießen der Trottel ich habe gerade ein einigermaßen ordentliche warf aber da musst du halt gucken denn munition ist irgendwann leeren ich bin ja gerade mehr damit beschäftigt äh die nase zu putzen nee die flagge zu verteidigen auch die ist nicht schlecht hier die ich habe die hat zwar noch irgendwie ein so Ding drüber aber die war gut so wie ein sniper schuss abgekriegt Alter schon wieder armbrust wo steht denn er leu ok eins nur italien das ist muss ja überhaupt die ist das oben die ist oben jemand muss nicht mehr zusammenstehen wir sind in der Sonne aber eine schöne knifte was ist PDW auch aber scheiße wieder wovostock mich schießt mal wovostock tot wer hat denn das vorgeschossen äh schia ach wie jeser keine ahnung ein nicht so bekannter Stürmer von Rom war aber glaube ne war noch nicht von Rom von Neapel glaube ich ist da ok ok der ist nicht so bekannt weil er da bei Neapel im Schatten von Higuain steht ich weiß jetzt nicht wie er heißt ist egal wenn du es mit G glaube naja jetzt sind es 10 gegen 10 jetzt 9 gegen 10 Alter du hast noch 9 kills gemacht Junge ich stand 6-0 und dann bin ich das erste mal gestorben alter und dann bin ich das erste mal gestorben beste Waffe war die dauerung bei mir die pp 19 1 kill 1 kill so plünderer taler am Ort ich weiß gar nicht was ich getippt habe, musst du mal nachgucken ich wisse gar nicht, es ist aber glaube ich mit dir eins bis jetzt zur besten spiele ganze sache probierst du mal team zu wechseln ja, charlie bin ich, oder warte mal wo bist du, da komm ich zu dir bei wostok, der hat mich grad zwei mal umgeschossen ja, da war auch platz eins bei uns im team cool vladivostok oh ich hab da auch ein brust ha 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 ob der hat so ein scheiß zielfernrohr, das ist mir eigentlich nischt wollt den der sniper will ich in die umrufen betrik hinter dir ist einer, an dem bohren hast du? wir hatten den jetzt zugeschossen war ich das jetzt mit der armbrust? nee stimmt nee quatsch, das war alles anders gewesen ich hab ne übelste sniper knifte die armbrust ist scheiße, da ist ja ein riesen visier drauf, nee na ich hab dir jetzt nen kopfschuss gegeben, der auf der treppe lag mit der handwaffe ja, bist du, ist ja gar nicht zu unterschätzen hab ich schon drei leute gekälte mit die magnum, die hat ja ordentlich dampf ja da kommt ja auch was oh geile schrotze, jetzt geht los ich brauch hier Hilfe ich brauche Hilfe weil das ist ja hier der schnelle modus wo du die flaggen so extrem schnell einnimmst wir stand ja auch gerade mit drei mann da ja aber die nimmst du auch so schnell ein als war der weg oder ist er geflüchtet da ist noch einer das ist überhaupt dort hier unten läuft noch eine romantie hier drüben auf dem dach warum muss ich denn gerade nach was alle zieht jetzt gerade sagen ich kann nicht beidrehen man keine chance hier immer so extrem hintertreffen sind es nicht behind dass sie da meine freundin die da ja 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 e-save t kommt wieder immer ach genau ja 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 und ja ja er hat uns beide mit einem schuss getötet wie geht denn das oder sniper neben kürbisch in die schusslinie gerannt ich habe wieder meine beste freundin dabei die da alles cool jungs günder hat sie geholt und geht es zu hier ich bin bei e Jetzt müssen wir mal wieder zu B oder A Ja genau! Fick dich! Wir sehen uns raus Hä? Glauben der ja? Ach am Dach! Mann! Mit der Spaß! Alles voll hier drinnen Savior Mittel Oh ja genau! OOOOH! BUPUPUPUPUPUPUP! Bang! beng 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 geht es noch besser nehmt doch mal A mit hier und störtet nicht einfach mit der Feuerin na das verstehe ich schon nicht na gut da ist ein Sniper oben auf dem Dach diese scheiß Armbrust mann ich brauche was anderes mit König Klar mann wir sind jetzt 10 gegen 10 auf der Innenstelle ach latsch doch mal du Fickkind ey das kannste gehen an ob ich nicht über die Drecksmauern die drüber springen bin ich jetzt zufrieden ich dreh mich um Bummtod schön ja alles klar ich hab gesagt mir das ist so Fickig Manchmal fährst du dich. Manchmal. Ja genau, du Fickkind, als ob du mich mit dem Schuss treffen würdest, als 2cm Entfernung. Was, solche Fick-Wichser kann ich nicht haben, wie die Pässe. Es geht überhaupt nicht, so viel Glück kann man gar nicht haben. Ja, Armbrust. Armselige Stricher. Ja klar, jetzt taucht auf einmal von hinten einer offen mit Schrotflüte. Außen nichts, ist logisch. Ja klar. Ja klar. Ach ja, deine Mutter ist ne fette Hure ey. Patrick, das muss ich rausschneiden. Muss überhaupt nicht, ich mach das gar nicht. Wenn du das sagst. Ja, ach, blödes Dreckking. Hm. 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 Da war ein Kopfschuss dabei, ich weiß noch nicht. Ich hab noch einen gesehen, der ist noch leider gelaufen. Ich weiß jetzt noch nicht, wer da jetzt gestorben ist. Jaaa, Guckoo. Munko. Alter Munko. Genau, ich schieß noch alle Kugeln drauf, ich krieg natürlich keinen Ancient Kill oder Hilfe oder irgend sowas, ne. Ach du, ein Granat händen. Jaaa, ach komm, langsam wirds lächerlich. Ich schieß den zwei Kugeln in die Platte und der bleibt liegen und das juckt ihn überhaupt nicht. Es kann noch nicht sein, ne. Es kriege ich nicht mehr rauf. ich war dir deine kräfte patrick weiß nicht ja hört doch auf wir sind übrigens nur zwei mal weniger schön bei patrick gespawnt und gleich mal eine flaggeneroberung mit einer habe ich schon den strichern steckt die kugeln in die knifft darin die schrotze haben wer genau ich könnte die lehrer sterben und nicht immer mit meinem totes bildschwirken guten bleib camilla mann hat übrigens kanadengast ja ne ich weiß ich weiß schon die ganze zeit kanaden rum schweiß schweiß ganz so blöd bin ich auch nicht ich bin zu blöd einfach nur zu treffen und bin einfach zu blöd ja da könnte er ist gespurt direkt neben dir ist noch zwei scheiße da läufst du dort um die ecke auf einmal spon da hinter dir ist ein scheiß kann nicht sein ich hätte es gar nicht mitgekriegt wenn du es nicht gesagt hättest ja ja Wir laufen jetzt zwei hochwärts gerade an der einen Rampe zu B hoch Achja, mit einem Schuss Mann Oh ja, hör doch auf, ey Deine Mut Deine Mut? Deine Mut, Junge Ja, ich hab ja auch heute nebengeschossen, ganz klar Ja, ich hab ja nicht, was wir da von hinten g- Ey, Mann, Junge Hör doch auf, ey Hör doch auf, ey Hör doch auf Hör doch auf Hör doch auf, hör doch auf Hör doch auf Hör doch auf, hör doch auf Hör doch auf Ich lass mich verarschen Ja Wie ist er weiter? Du Mest-Huren-Kind, ey Küft euch ein Leben, meine Fresse. Das ist vollkommen logisch. Niederhaltung und sowas gibt es ja hier nicht mehr. Ich habe noch erwischt den Pisser. Ich habe keine Ahnung. Ich drücke immer schön den Durchschnitt. So, ich würde sagen meine Schokolade ist leer. Ja. Der ist neuer Server. Sehr gut. Meine Peanuts sind noch nicht leer. Gut. Also beenden wir den Spaß jetzt hier. Das war Plünderer zu zweit. Hast du noch was dazu zu sagen, Patrick? Nein. Nein. Damit beenden wir das. Ach du Scheiße, warum teilt der denn die Videos wieder? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Nein. Ne. Ach der hat immer wieder an, aus, an, aus. Hörn dich. Keine Ahnung. Zu. Dann gehe ich mal kurz Schiffen. Du das, Judas. Dann können wir noch eine Runde Metro machen, oder? Und sowas, ja. Gut. Bis dahin. uchl Definitely. Denn ... Aber ... videos. ... Vielen Dank. Vielen Dank. Dann spielen wir doch mal. Ich spiele gerade noch. Du spielst gerade noch? Ich bin auf der Map geblieben. Okay. Hast du schon mal rausgesucht, was Neues? Ähm, naja, Metro und das Tearan Schnellstraße, die auch ewig nicht gespielt. Metro, no rules, ich stelle mich schon mal an die Warteschlange. Gut, ich komme auch. Jetzt bin ich tot, jetzt gehe ich raus. Wie viele Kills hatte ich? Oh, scheiß Konsole, geh zu. Immerhin zwei. Bye. Hab ich. Okay. Gut, da. Okay. Okay. Well, got it. Okay. Vielen Dank.